Wir als Strabag Rehl GmbH beschäftigen uns mit sämtlichen Vorhaben bei der Deutschen Bahn rund um die Schiene. Wir bauen den Tiefbau, die Kanalbauten, Bahnsteig, Bahnübergänge und die Ingenieurbauten für die Deutsche Bahn. Wir bilden am Standort Freital die Berufsbilder Gleisbauer, Kanalbauer und Beton- und Stahlbetonbauer aus. Dabei gibt es bei uns diverse Karrieremöglichkeiten. Ihr könnt euch zum Vorarbeiter, Polier oder gar zum Bauleiter weiterbilden. Eine Besonderheit bei uns ist die Weiterbildung zum Zwei-Wege-Bagger-Fahrer, da man dort neben dem Geräteführerschein auch noch den Lokführerschein machen muss. Ich bin der Erik, 17 Jahre alt, lerne seit einem Jahr bei der Strabag Gleisbauer. Mich interessiert an dem Beruf die Technik, die man da benutzt. Und gewählt habe ich den Beruf, da man an der frischen Luft arbeitet, große Projekte mitbaut und das macht halt Spaß. Neben dem Gleisbauer kann man außerdem auch den Kanalbauer lernen. Als Kanalbauer verlegen wir Rohre und Kabelkanäle sowie Kabelschächte entlang der Gleise. Wenn dich diese Ausbildungsberufe interessieren, dann komm doch zum Aktionstag Bildung der IHK. Wir freuen uns auf dich! Wir freuen uns auf den Kanalbauer und Kabelkanäle sowie Kabelkanäle sowie Kabelkanäle sowie Kabelkanäle sowie Kabelkanäle sowie Kabelkanäle.